Die Bootsspitze vorne, das ist ein blau-gelbes Boot, aber an ihm dran, da hängen die Jungs aus Neubrandenburg vom Sportclub und hier unter Land auf der 8. Der KC Kotsdam mit nach vorne schiebt sich jetzt auch auf der 3, die Renngemeinschaft E-Path aus Nordrhein-Westfalen einportet, kommt hier um die Plätze 1 bis 3, Bahn 6, Bahn 5 und die Bahn 8, also geht es hier über die Ziellinie. Auf der 6. ist die Neubrandenburg-Bahn 5, Renngemeinschaft Karneverband Nordrhein-Westfalen. Kotsdam, Ihre Fahrzeit 1.31.31. Die Silbermedaille gewinnt die Renngemeinschaft des Karneverbandes Nordrhein-Westfalen. In der Besetzung Spenner von der KC Kessl, Hütting, Werthersee-Düßburg, Oma, Werthersee-Düßburg und Deutscher Meister 2006 oder der Sportclub Neubrandenburg. In der Besetzung Schubert, Förster, Reimer, Wohnsorge, Ihre Fahrzeit 1.30.38. Leben im Höchst